hallo und herzlich willkommen zu einer neuen episode auf ronis fishing channel ich bin heute in flensburg zu gast und habe mir noch mal ein paar gute jungs geschnappt unter anderem den lukas von vmc den torfen von angeljo und noch ein paar andere wir sind jetzt hier gerade in der flensburger förde unterwegs und versuchen 12 mefus ans band zu kriegen mal gucken ob es klappt ja erstes zwischenfazit die ersten dorsche sind gelandet aber leider noch nicht der zielfisch ich werde jetzt gleich mal die jungs fragen gehen wie die die chancen einschätzen und ob sie denken ob hier heute noch was geht ist der lukas von vmc wir waren letztes jahr schon zusammen frischen das hat mega mäßig spaß gemacht lukas wie schätze die chancen heute ein ja die chance ist da auf jeden fall also wenn man aufhört zu filmen und mehr angelt dann kann man auch was fangen wir haben auch schon ein zwei fische steigen sehen das ist auf jeden fall sehr interessant auf jeden fall die ersten dorsche ging auch dorsch ging müssen wir gucken zur not haben wir morgen abend noch und dann wird zum klappen so eben spreche ich noch mit lukas jetzt sind wir gerade auf dem weg zum tobi der hat nämlich tatsächlich eine meerforelle im drill mega geil und dann und 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, Tobi, mega geil. Die erste Mefo des Tages. Absoluter Traumfisch. Richtig geil. Absolut cooles Tier. Auf welchen Köder hast du den gehabt? Auf den Salty. 26 Gramm in Silber von Westin. Ja, hat Spaß gemacht. Schöner Fisch. Auf jeden Fall. Mega cool. Dickes Petri. Danke, danke. Der nächste Fisch im Drill. Lukas drillt. Doppeldrill. Oh, Doppeldrill. Ich schwenke mal rüber. Tobi und Lukas gleichzeitig im Drill. Und der nächste kleine Dorsch. Da ist er. Mein erster Dorsch. Richtig geil. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Der nächste Dorsch. Direkt die Springerfliege eingenagelt. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Macht megamäßig viel Spaß. Bloß leider bei mir der Zielfisch noch nicht. Aber Tobi hat ja schon so eine monströs geile Forelle gefangen. Hammer. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Da hat er schon wieder. Ja, ein wunderschöner Tag geht zu Ende. Wir hatten jetzt echt viele, viele Bisse. Wir haben schon so viel nicht mehr gefilmt, weil es viel zu dunkel ist. Aber wirklich klasse Tag. Eine schöne, dicke Mefo, viele Dorsche. Hat echt wieder megamäßig Spaß gemacht mit euch. Absolut cool. Hat wieder geklappt. Auf jeden Fall. War geil. So, Jungs. Einfach Abo nicht vergessen. Kommentar wäre auch super. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ronnys Fishing Channel.